Wir gucken auf den nächsten Tagesordnungspunkt. Es geht um Anträge aller Fraktionen zum Thema Bahnpolitik. Da heißt es unter anderem, die Schiene müsse europaweit gestärkt werden. Es geht um einzelne Bereiche wie die Mittelrheinbahn und aber auch die Rheintalbahn. Erster Redner wird der zuständige Minister sein, Andreas Scheuer. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, für die heutige Debatte mit den heutigen Anträgen ist die politische Aufstellung klar. Die AfD würde jetzt sagen, viel zu viel in die Schiene, aber ohne Konzept. Die FDP würde mehr liberalisieren und mehr Wettbewerb als bekanntes Konzept. Die Linke würde am besten rückverstaatlichen und der Bund soll am besten noch den ÖPNV auch noch mitmachen. Ein Konzept aus einem anderen Jahrtausend. Und die Grünen, denen reicht das alles nicht. Aber wenn es konkret wird, dann wird es unkonkret bei den Grünen. Wenn nämlich die Großprojekte ins Zentrum rücken, beispielsweise der Brennerzulauf oder die Fehmarn-Belk-Währung, dann ist man schnell dagegen. Das ist ein Konzept von Philosophen. Ich stelle fest, diese Koalition macht eine gute und moderne Bahn- und Schienenpolitik. Wir gehen nach dem Motto kein Weiter-so, sondern ein Richtig-so. Modernisieren, investieren, digitalisieren, harmonisieren, priorisieren. Mit dieser Bahn- und Schienenpolitik haben wir dokumentiert, dass wir für diesen Bereich höchste Priorität haben. Und wir haben in der Koalition ein bürgerliches, klimagerechtes Gesamtkonzept für die Mobilität der Zukunft. Unsere Leitlinien sind Klimaschutz, Lärmschutz, Mobilitätsschub, Digitalisierungsschub, Logistikschub, Innovationen und Investitionen. Und ich kann nur einladen, dass man dem Antrag der Fraktionen von CDU und CSU und SPD zustimmt, unter dem Leitbegriff die Schiene europaweit stärken, das Jahr der Schiene erfolgreich nutzen. Warum? Weil wir viele, viele große Projekte haben. Den Deutschland-Takt, der zum Europa-Takt werden soll, schneller, öfter und überall, auf unsere Initiative in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft so in die Wege geleitet, mit einem Trans-Europe-Express 2.0, einer Verbindung der europäischen Metropolen, im September vorgestellt, im Dezember schon die ersten Verbindungen, auch mit einer konkreten Strecke, mit einer Fahrzeitverkürzung auf 3 Stunden 30, mit 500 Millionen Euro, die Strecke München-Zürich. Ein wirkliches Angebot, neben vielen Strecken grenzüberschreitend für den Fernverkehr. Die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, so viel Geld wie nie zuvor, 86 Milliarden Euro, wer hätte das vor dieser Legislaturperiode gedacht, dass wir so viel Geld aufbringen können und die Kraft dazu haben, auch mit dem Finanzminister zusammen dieses Angebot zu machen. Mehr Geld für GVFG, mehr Geld für die Regionalisierungsmittel, ein Bahnhofsprogramm, das sogar den Koalitionsvertrag übererfüllt, dass wir 5 Milliarden Euro in die Hand nehmen für 3.000 Bahnhöfe, die Bahnhöfe barrierefrei zu machen, zu modernisieren, vor allem auch sicherer zu machen. Investitionsprogramme, Gleisanschlussprogramme, Elektrifizierung, alternative Antriebe. Wir sind auch Lärmschutz-Europameister, ich sage sogar Lärmschutzweltmeister. Wir haben andere Voraussetzungen geschaffen wie mutigere Voraussetzungen wie andere europäische Länder. Und wir sind Logistikweltmeister, wir sind Exportweltmeister, wir machen Investitionen auf Rekordniveau, sodass wir zum ersten Mal verkünden können, 2022 werden die Investitionen in die Schiene mehr sein als die in die Straße. Wir investieren in die Innovation mit der digitalen automatischen Kupplung. Wir digitalisieren nicht nur die Fahrzeuge, sondern vor allem wollen wir, und das ist auch ein Appell an alle Unternehmen, die in dem Bereich aktiv sind, Glasfaser an jedem Kilometer Schiene, das wollen wir, Flächendeckend Mobilfunk, die digitale Schiene Deutschland, ETCS. Wir wollen auch raus aus dem Diesellokzeitalter. Deswegen gehen wir in die Elektrifizierung, gehen wir in die alternativen Antriebe. Wir haben in unserer deutschen EU-Ratspräsidentschaft mit der Berliner Erklärung noch einmal dokumentiert, wie wichtig es ist, den schönen Güterverkehr grenzüberschreitend zu organisieren. Und wir haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Corona-Pandemie es geschafft, dass die Lieferketten fast zu 100 Prozent aufrechterhalten werden können. Die Häfen profitieren davon. Natürlich haben wir uns verkehrsträgerübergreifend aufgestellt. Wenn ich da an die Krise aus den Auswirkungen der Suezkanalsituation denke, dann haben wir sofort reagiert und die Räder zusammengeholt, die Häfen zusammengeholt, DW Cargo und die Eisenbahnunternehmen davon informiert, dass wir eben keinen Flaschenhals produzieren, sondern dass wir beweisen, dass wir Logistikweltmeister sind und die Güter nicht nur für den täglichen Bedarf wieder in die Regale bringen, sondern auch für die industrielle Produktion. Das sind alles positive Botschaften. Und wir wollen nicht lockerlassen, dass die Schiene weiter Top Nummer eins bleibt in der Priorisierung und in den Investitionen. Wer hat denn den ersten digitalen Knoten gemacht in Stuttgart? Das war der Bund mit über 420 Millionen Euro. Wer hat sich dafür entschieden, dass wir ein großes Elektrifizierungsprogramm aufsetzen? Ja, und wir haben Verbesserungspotenzial. Es läuft nicht alles gut beim System Schienen. Aber dazu sind wir da, die Entscheidungen zu treffen. Und dazu lade ich Sie ein, weiterhin eine europäische Vision eines grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehrs zu unterstützen. Diese Bundesregierung hat so viel Geld aufgebracht für den Bereich Schiene wie nie zuvor. Deswegen wird es für die nächsten Monate auch dazu gehen, dieses bürgerliche, klimagerechte Gesamtkonzept Mobilität klarzumachen und den Bürgern zu sagen, das ist die richtige Balance unter den Verkehrsträgern mit der hohen Priorität für die Schiene. Herzlichen Dank. Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Erster Redner in einer Debatte, in der es um die Bahnpolitik geht im Jahr der Schiene. Das wollen wir Ihnen doch nicht vorenthalten. Und in der es Anträge aus allen Fraktionen zu eben diesem Thema gibt. Eben auch aus der AfD-Fraktion, die sich mit der Verfügbarkeit der Eisenbahninfrastruktur in Deutschland bei schwierigen Wetterverhältnissen beschäftigt, unter anderem. Und dazu wird jetzt sprechen Wolfgang Wiele, Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Kolleginnen und Kollegen! Die Bahn soll es richten! Das ist die heimliche Überschrift dieser Debatte. Am Überbietungswettbewerb in Selbstlob und Wünsch-dir-was-Gerede wird sich die AfD allerdings nicht beteiligen. Wir wissen, dass die Bahn gut ist, etwa wenn es um große Verkehrsmengen oder um Städteverbindungen geht. Die AfD widerspricht aber energisch allen Ideen für eine planwirtschaftliche Verkehrswende, die sehr vielen Menschen Mobilität nehmen wird. Weil sie ihnen vor allem das Autofahren unerschwinglich macht. Es ist richtig, die Bahn mit Digitalisierung und guter Infrastruktur beherzt ins 21. Jahrhundert zu holen. Sie wird den Straßenverkehr aber nicht ersetzen, sondern nur ergänzen können. Und da haben Sie, Herr Minister Scheuer, recht, wenn Sie bei der AfD die letzten Realisten vermuten, die die Bedeutung des Straßenverkehrs erkennen. Wo die Bahn gute Angebote macht, werden die Leute gerne umsteigen. Einen politischen Zwang hierzu lehnt die AfD in aller Deutlichkeit ab. Die Koalition tischt uns einen Jubelantrag zur Sofortabstimmung auf. So möchten Sie mit der Mehrheit in diesem Hause all das begrüßen, was Sie sowieso gerade machen, und die Regierung zu all dem auffordern, was sie sowieso gerade plant. Nicht, dass das alles komplett falsch wäre. Aber es greift eben vieles zu kurz. Beispielsweise fehlt jede Perspektive, wie die Unternehmensstruktur der Deutschen Bahn reformiert werden soll. Da ist die Sofortabstimmung nur konsequent. Denn für eine Beratung in den Ausschüssen fehlt einfach die Substanz. Im Gegensatz zu diesem schönen Wetterantrag beschäftigen wir uns bei der AfD buchstäblich damit, wie man die Bahn erst einmal wetterfest machen kann. Die Kunden werden sich nur auf die Bahn verlassen, wenn sie wirklich verlässlich fährt. Deshalb darf sich das Desaster vom Wintereinbruch im Februar nicht mehr wiederholen. Natürlich kann der Winter mal so hart werden, dass nicht mehr alle Züge fahren. Aber es darf eben nicht von vornherein der Plan sein, dass wichtige Bahnstrecken tagelang nicht geräumt werden mit allen Folgen für Personen- und Güterverkehr. Deshalb beantragt die AfD eine sehr hohe Priorität für die Verfügbarkeit der Schieneninfrastruktur und Strafzahlungen, wenn dieses Ziel verfehlt wird. Wo die Koalition schon von ambitionierten Klimaschutzzielen spricht, legen die Grünen in ihrem Antrag noch eine Schippe drauf und verlangen mit demselben Wort auch noch eine ambitionierte Umsetzung. Für den Deutschlandtakt fordern sie die Staatswirtschaft auch beim Fernverkehr. Für ihre ideologische Verkehrslenkung kommen hinzu Erhöhung der Lkw-Maut, Verteuerung von Dieselkraftstoffen, massive Einschnitte bei der Straßeninfrastruktur und vieles mehr. Dahin geht also die Reise. Jedenfalls, wenn diese Partei an der nächsten Bundesregierung beteiligt wird. Ich spreche das hier von Seiten der AfD sehr deutlich an. Denn wir haben wohl als Einzige in diesem Haus keine Koalitionspläne mit den Grünen für die Zeit nach der Bundestagswahl. Die FDP-Anträge, die heute zur Abstimmung stehen, gehen bei Bahnreform, Ausbau und Verfügbarkeit der Infrastruktur in die richtige Richtung und finden auch die Zustimmung der AfD-Fraktion. Die Bahn ist kein Allheilmittel. Aber mit der Digitalisierung und gezieltem Ausbau ihrer Stärken ist sie die richtige Alternative für viele. Dann wird sie aus freier Entscheidung gerne genutzt. Und genau da will die AfD hin. Wolfgang Wiele war das aus der AfD-Fraktion. Der Bundestag diskutiert über die Bahnpolitik im Jahr der Schiene. Nächster Redner wird sein Detlef Müller aus der SPD-Fraktion. Einer, der sich auskennt mit dem Thema in vielerlei Hinsicht. Er ist nicht nur Lokomotivführer, sondern auch Lokomotivführer, Ausbilder und war Teamleiter in diesem Bereich in allerlei verschiedenen Funktionen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, haben Sie es gemerkt? Europa und Schiene, das sind so zwei Themen, von denen die AfD so überhaupt keinen Plan hat. Meine Damen und Herren, die Europäische Union hat das Jahr 2021 zum Jahr der Schiene erklärt. Aus diesem Anlass haben wir als Koalitionsfraktionen den hier zu diskutierenden Antrag vorgelegt. Er reiht sich ein in die bisherige Verkehrspolitik dieser Koalition, die sich so stark wie keine davor auf die Schiene konzentriert hat. Und bisher haben wir in diesem Bereich auch schon viel auf den Weg gebracht. Der Minister hat es angesprochen. Mit der Bereitstellung von Mitteln in Rekordhöhe für Investitionen in die Infrastruktur, mit den Planungen zum Deutschlandtakt und mit den verschiedenen Planungsbeschleunigungsgesetzen. Die eine schnellere Umsetzung von Maßnahmen bringen sollen und hoffentlich auch werden. Dass die Schiene der Verkehrsträger der Zukunft ist, habe ich, wie viele meine Kolleginnen und Kollegen an dieser Stelle schon mehrfach erwähnt. Kein Verkehrsmittel ist sicherer. Kein Verkehrsmittel ist klimafreundlicher. Kein Verkehrsmittel ist nachhaltiger, bequemer und schöner sowieso. Um aber diese Vorteile zu nutzen, braucht es ein klares Bekenntnis für die Schienenpolitik. In Deutschland hat diese Große Koalition dieses klare Bekenntnis im Koalitionsvertrag gegeben und in den vergangenen vier Jahren mit Leben erfüllt. Und wir haben uns ambitionierte Ziele für den Verkehrssektorschiene gesetzt. Die Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030, die Steigerung des Anteils der Schiene am Güterverkehr bis auf 25 Prozent und die Umsetzung des Deutschlandtaktes. Dass diese Ziele nun auch von europäischer Seite flankiert werden, ist absolut zu begrüßen. Wie so vieles in unserem vereinten Europa endet auch der Personen- und Güterverkehr auf der Schiene eben nicht an nationalen Grenzen. Meine Damen und Herren, wenn wir die Leistungsfähigkeit der Schiene steigern wollen, braucht es auch europäische Anstrengungen. Bei der einheitlichen Digitalisierung des Schienenverkehrs. Bei der Stärkung des Güterverkehrs durch neue technische Möglichkeiten wie die digitale automatische Mittelpufferküttelung. Aber auch bei der Unterstützung des Einzelwagenverkehrs. Auch bei der Durchbindung von Personen- und Güterverkehren zwischen europäischen Ballungsräumen und der Möglichkeit, europäische Bahntickets auch europaweit buchen zu können. Einfach buchen zu können. Hierfür bietet das Europäische Jahr der Schiene gute Grundlagen, um die bisher gemachten Schritte fortzuführen. Denn sicher ist auch, nur mit einer starken und modernen Schiene lassen sich die Klimaziele für Deutschland und Europa erreichen. Und eine starke Schiene muss mit den Wettbewerbern auf der Straße und in der Luft mithalten können. Daran müssen gerade wir als Transit- und Exportland im Herzen der Europäischen Union ein großes Interesse haben. Deshalb entbindet uns das europäische Engagement im Schienenverkehr auch gerade nicht von nationalen Kraftanstrengungen. Und, meine Nachrednerinnen und Nachredner werden sicherlich darauf hinweisen, hier haben wir noch viel zu tun. Und, Herr Minister, es geht eben nicht nur um das, wir wollen, sondern um das, wir müssen und wir werden. Meine Damen und Herren, wir brauchen deutlich mehr Tempo, um unser Elektrifizierungsziel, 70 Prozent der Strecken bis 2025 zu erreichen. Um das zu schaffen, müssten wir pro Jahr rund 500 Kilometer Strecke pro Jahr elektrifizieren und nicht 60 bis 70 Kilometer wie jetzt. Ja, ich kenne den aktuellen Strategiewechsel des Ministeriums von elektrifizierter Strecke hin zu elektrischer Betriebsleistung, also auch mit alternliefen Antrieben. Richtig. Aber am Ausbau der tatsächlichen Elektrifizierung mittels Fahrleitung führt kein Weg vorbei. Meine Damen und Herren, wir müssen die Elektrifizierung unserer grenzüberschreitenden Strecken, gerade nach Polen und Tschechien, dringend beschleunigen. Meine Damen und Herren, wir brauchen die vollständige Ausstattung der Bahntrassen mit moderner Breitband- und Mobilfunkinfrastruktur. Wir müssen den Schienenverkehr attraktiver und komfortabler für die Menschen gestalten, indem wir den Deutschland-Takt umsetzen und mit unseren europäischen Nachbarn koordinieren. Und wir müssen endlich dafür sorgen, dass der seit Jahrzehnten geprägte Satz, mehr Güter von der Straße auf die Schiene, nicht nur ein Lippenbekenntnis und ein frommer Wunsch bleibt. Meine Damen und Herren, wir müssen gerade jetzt zu dem sicherstellen, dass uns die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Bereich der Schienenpolitik nicht um Jahre zurückwerfen. Gerade wegen der derzeitigen Nachfrageeinbrüche im Personen- und Güterverkehr braucht es in Deutschland und Europa weiterhin das klare Bekenntnis zur Schiene. Nur das gibt uns die Chance, im Verkehrssektor bestärkt aus dieser Krise zu treten. Und für dieses Bekenntnis steht dieser Antrag. Stimmen Sie zu. Vielen Dank. Peter Müller aus der SPD-Fraktion hier aber zum Antrag der Koalitionsfraktionen, die Schiene europaweit stärken, das Jahr der Schiene erfolgreich nutzen. Und es geht hier weiter mit Thorsten Herbst aus der FDP-Fraktion, die zu diesem Tagesordnungspunkt gleich vier Anträge eingebracht hat. Unter anderem eher globale, in denen es um ein modernes und wettbewerbliches Bahnsystem in Europa geht. Aber die FDP-Fraktion hat sich auch beschäftigt mit der Rheintalbahn und auch mit den Bahnen im Mittelrheintal. Thorsten Herbst. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir befinden uns im europäischen Jahr der Schiene. Und das könnte echt eine gute Werbung für den Bahnverkehr sein. Die Vorstellung, mit einem Zug 1.000 Kilometer schnell und komfortabel durch Europa zu fahren, ist faszinierend. Doch wie sieht die Realität aus? Schauen wir uns an, wenn wir von Berlin nach Paris fahren würden. Das ist, glaube ich, etwas über 1.000 Kilometer. Dann sind Sie mit dem Flugzeug in unter zwei Stunden und mit dem Zug zwischen acht und neun Stunden. Das ist kein attraktives Angebot. Deshalb müssen wir an dieser Stelle mehr machen. Und das liegt auch nicht an den Franzosen, sondern wir sind in Deutschland zu langsam, Herr Verkehrsminister. Und man kann es auch nicht auf die EU schieben. Ich glaube, da gibt es die richtigen Impulse für einen attraktiveren Bahnverkehr. Wir müssen unsere nationalen Hausaufgaben lösen. Der Minister hat es selbst angesprochen. Unsere Langsamkeit bei der Fehmarn-Beltquerung, bei dem Zulauf zum Brenner, auch zur Schweiz, das steht einem attraktiven Bahnverkehr im Wege. Hier müssen wir schneller werden, genauso wie bei der Elektrifizierung von Bahngrenzübergängen nach Osteuropa. Der aktuelle Stand ist leider ein Trauerspiel. Und ich frage mich, wo waren eigentlich die Initiativen während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft für einheitliche Technikstandards, für Planungsbeschleunigung und vor allem für mehr Wettbewerb? Jetzt hat der Minister gesagt, er sei typisch FDP. Ja, ist es, weil wir glauben, dass Wettbewerb eine Lösung ist, um einen attraktiveren Bahnverkehr zu erzielen. In Ihrem Antrag, liebe Koalition, kommt das Wort Wettbewerb überhaupt nicht vor. Und wir können uns ja mal im Ausland umschauen. Italien, dort haben Sie im Personenfernverkehr die Auswahl zwischen zwei Anbietern, im staatlichen Trainitalien mit dem Frecciarossa und dem privaten Anbieter Italo. Was ist passiert? Viele Leute sind vom Flugzeug umgestiegen auf den Zug, weil es ein attraktives, preiswertes, serviceorientiertes Angebot war. Demnächst können Sie sich in Spanien entscheiden für die Hochgeschwindigkeitszüge der spanischen Staatsbahn und der französischen. Sie können in die Tschechische Republik gucken, nach Schweden, viele andere Länder, die zeigen, dass man mit mehr Wettbewerb, mehr Angebot, mehr Auswahl für Fahrgäste auch insgesamt das Bahnfahren attraktiver macht und den Kuchen größer macht. Deshalb ist Wettbewerb einer der zentralen Schlüsselfaktoren, meine Damen und Herren. Und in Deutschland schieben wir leider Problemberge vor uns her. Der Ausbau, die Modernisierung des Schienennetzes, die geht schleppend voran, trotz des vielen Geldes, was zur Verfügung steht. Die DB, immerhin der größte Bahnkonzern Europas, ist auf dem Weg von einem Problemfall zu einem Sanierungsfall zu werden. Bei 40 Milliarden Euro Jahresumsatz, 30 Milliarden Euro Schulden, das ist kein gesundes Verhältnis mehr, meine Damen und Herren. Und deshalb sollen Sie sich gerade im europäischen Jahr der Schiene mal anschauen, was die EU-Kommission eigentlich ursprünglich vorgeschlagen hatte. Was man tun kann, dass es mehr Wettbewerb gibt, dass wir mehr Service, mehr Auswahl für die Reisenden haben. Wir glauben, eine attraktivere Bahn gibt es nur mit einer Top-Infrastruktur und einem fairen, vernünftigen Wettbewerb auf nationaler und europäischer Ebene. Torsten Herbst für die FDP-Fraktion und es geht weiter mit der Linksfraktion. Auch die hat ja einen Antrag eingebracht in die Debatte über die Bahnpolitik im Jahr der Schiene. Allerdings richtet die Linksfraktion eher den Blick auf den öffentlichen Nahverkehr und spricht sich für eine echte Verkehrswende aus. Rednerin dazu Sabine Leidig, Sprecherin für Bahnpolitik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, wenn es nach uns gegangen wäre, dann könnten wir jetzt im europäischen Jahr der Schiene die Verbindung von 15 europäischen Hauptstädten mit Nachtzügen feiern und die Möglichkeit, beispielsweise für die Besucher der Europäischen Fußballmeisterschaft, dieses Bahnangebot zu nutzen. Jetzt haben wir Corona, aber wir haben auch ein völlig außer der Zeit gefallenes Verkehrsministerium und auch eine große Koalition, die jahrelang verschlafen hat, diese Alternative zum Flugverkehr, diese klimafreundliche Reiseoption in Europa und in Deutschland auszubauen. Wir haben, als Sie, Herr Scheuer, im September letzten Jahres verkündet haben, mit einem riesen Pressebuch, dass die Trans-European Express 2.0 auf die Schiene gebracht wird, mit acht Verbindungen, Tag und acht Verbindungen in der Nacht und drei durchlaufenden Länderverbindungen, da haben wir das sehr begrüßt. Wir waren echt angetan davon, dachten, Holla, da tut sich was. Was ist davon übrig geblieben? Nichts. Es ist geschrumpft auf zwei Verbindungen. Jetzt haben Sie gesagt, München-Zürich wird eingeweiht. Diese Verbindung ist längst überfällig. Das hat mit Ihrem Konzept überhaupt nichts zu tun. Und ich muss mal sagen, der Antrag, der hier vorliegt, der wäre ja schön und gut, wenn es ein Oppositionsantrag wäre. Und dann könnten wir dem auch zustimmen, Kollege Müller, und ich leide mit Ihnen auch. Das kann ich total gut verstehen, dass Sie hier sehr frustriert sind. Aber Sie sind nun mal in der Regierung. Und Sie hätten viele von den Maßnahmen, die da stehen, längst umsetzen müssen. Die sind auch verabredet. Ich meine, nehmen wir uns nur mal dieses Elektrifizierungsthema. Die grenzüberschreitende Elektrifizierung, die fehlt nach Polen, die fehlt nach Tschechien. Das steht schon Jahre und Jahrzehnte auf der Tagesordnung dieses Verkehrsministeriums. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie man so schnarchnassig sein kann. Und dazu kommt noch, dass jetzt gerade die Bahnverbände sich melden und sagen, das Elektrifizierungsprogrammchen, das die Bundesregierung jetzt endlich auf den Weg gebracht hat, ist weit von dem entfernt, was längst beschlossen ist. Bis 2025 sollen 3.500 endlich mit Oberleitungen versehen werden. Was macht der Verkehrsminister? Er setzt Autobahnen unter Strom. Ich finde, das ist komplett verkehrt. Und wir brauchen endlich eine Orientierung auf die Elektrifizierung der Schienen. Aber jetzt möchte ich noch zu einem anderen Punkt kommen. Es stehen ein paar Sachen drin, die gar nicht verkehrt sind. Das ist völlig okay. Aber Sie loben sich natürlich auch noch über den grünen Klee. Und das tun Sie immer wieder mit Investitionshochlauf. In Wirklichkeit werden in diesem Haushalt 2021 so viele Milliarden wie noch nie für den Ausbau von Autobahnen eingesetzt. Und das sind nochmal 383 Millionen Euro mehr als letztes Jahr. Im Vergleich dazu bekommt die Schiene nur 60 Millionen Euro mehr und liegt damit lange, lange weit unter dem, was notwendig wäre, um den Bundesverkehrswegeplan umzusetzen. Das ist kein Glanzprogramm. Das ist ein Armutszeugnis. Und wir haben auch nochmal deutlich gemacht mit unserem Antrag. Wir müssen eine Umverteilung hineinleiten. Frau Kollegin Friedrich, achten Sie bitte auf die Zeit. Man kriegt keinen Klimaschutz und keine sozial- und ökologisch gerechte Verkehrswende hin, wenn man nicht umverteilt von der Straße auf die Schiene in den öffentlichen Nahverkehr. Der Schluss mit den Subventionen für die klimaschädlichen und letztlich sozial- und gegen Leidig. Setzen Sie bitte den Hund. Sabine Leidig nochmal fix am Mann von Petra Pau, ihrer, ja im weitesten Sinne, Fraktionskollegin, aber jetzt hier natürlich in einem anderen Amt als Bundestagsvizepräsidentin. Es geht weiter mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Da wird Matthias Gastel jetzt gleich sprechen. Er ist Sprecher für Bahnpolitik. Und die Grünen, Bündnis 90 Die Grünen, fordern eine deutsche Bahnpolitik, die in eine europäische Verkehrswende eingebettet werden muss. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Es könnte alles so schön sein. Europa und die Bahn, beides passt wunderbar zusammen. Was nicht zusammenpasst, ist die Koalition mit CDU, CSU und SPD auf der einen und die Bahn auf der anderen Seite. Schauen wir mal in den Antrag der beiden Regierungsfraktionen und in die praktizierte Bahnpolitik hier in Deutschland. Sie schreiben in Ihrem Antrag Aufwuchs der Mittel im Schienenetat. Schauen wir in den Etat 2020, dann stellen wir fest, 1,6 Milliarden für Aus- und Neubau der Schienenwege und doppelt so viel für neue Straßen. Sie schreiben in Ihrem Antrag, Ausbau der Schienenwege schreitet weiter voran. Die Realität leider nicht in Deutschland. 2020 im letzten Jahr 125 Kilometer Straßenzubau, alleine Straßen des Bundes, 0 Kilometer neue Schienenwege. Wir haben verschiedene Verträge mit Nachbarstaaten für den Ausbau des grenzüberschreitenden Schienenverkehrs. Die Nachbarstaaten haben ausgebaut, Deutschland nicht. Seit den Vertragsunterzeichnungen sind viele Jahre vergangen und nichts wurde gebaut. Frankfurt, Nürnberg, Prag 30 Jahre. Oberrheinstrecke Richtung Schweiz 45 Jahre. Deutschland ist Nachzügler. Welch ein schönes Wort oder ein nicht schönes Wort für diese Fakten. Viel versprochen und nichts gehalten. Sie schreiben in Ihrem Antrag, ein Schwerpunkt muss die Elektrifizierung sein. Sie haben kürzlich 173 Bahnstrecken untersucht auf Ihre Tauglichkeit oder Notwendigkeit für die Elektrifizierung. Gerade mal zwei davon wollen Sie tatsächlich mit einer Oberleitung versehen. Meine Damen und Herren, wir haben als Grüne Bundestagsfraktion über einen langen Zeitraum intensiv an einem eigenen Bahnkonzept gearbeitet und haben jetzt heute auch einen entsprechenden Antrag dazu vorgelegt. Wir wollen, dass sich die Deutsche Bahn wieder auf ihr Kerngeschäft Eisenbahn konzentriert. Wir wollen, dass Infrastruktur gewinnfrei betrieben wird. Wir wollen den Deutschlandtag mit deutlich besseren Angeboten für die Fahrgäste umsetzen. Und wir sagen anders als Sie auch, wie wir das konkret machen wollen. Wir wollen stillgelegte Bahnstrecken reaktivieren, die Bahn wieder in die Fläche bringen. Wir wollen Nachzüge zwischen europäischen Metropolen. Wir sagen, wie wir es machen wollen. Sie können sich noch nicht mal dazu hinreißen, zu sagen, wir senken die Trassenpreise. Sie reden nur und tun nichts dafür. Und wir wollen ökologisch schädliche Subventionen abbauen. Warum verzichtet der deutsche Staat jährlich auf über 7 Milliarden Euro an Dieselsteuer? Warum subventioniert der deutsche Staat Regionalflughäfen, die schon vor der Coronakrise nicht wirtschaftlich gearbeitet haben? Wir als Grüne wollen Verkehre auf die Schiene verlagern. Wir wollen den Menschen barrierefreie, bezahlbare, nachhaltige Mobilitätsangebote auf der Schiene machen. Und ich sage mal noch ganz bewusst und gezielt an die SPD, man kann aus der Bahn so viel machen für einen großen wachsenden Arbeitsmarkt. Sie lassen all die Chancen liegen, hier jede Menge zukunftsfähige, nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen. Sie bremsen gemeinsam als Union und SPD beim Klimaschutz, wie auch beim Ausbau der Schienenwege. Sie bremsen den Arbeitsmarkt im Bahnsektor, der wesentlich größer werden könnte, als das derzeit ist. Gehen Sie runter von der Bremse für eine starke Bahn in Europa und in Deutschland. Matthias Gastel war der drittletzte Redner in dieser Debatte, in der es um die Bahnpolitik geht. Das Ganze im Jahr der Schiene. Und da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen, was da zu betonen ist in Maßnahmen in den kommenden Jahren, in der kommenden Zeit. Jetzt hören wir die aus der Koalitionsfraktion oder der Koalitionsfraktionen. Michael Dorndt ist Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! All die Anträge zum Europäischen Jahr der Schiene zur Schiene als solche, die wir heute beraten, zeigen doch, dass fast alle Fraktionen dieses Hauses die Absicht haben, den Schienenverkehr in Deutschland und in Europa weiter zu stärken und voranzubringen. Und das ist eine gute Nachricht. Die bessere Nachricht dazu ist, unser Antrag zeigt deutlich, wir reden nicht darüber nur, sondern wir haben in den letzten Jahren schon bereits tatsächlich manches umgesetzt, Herr Gastel. Seit 2009 haben sich die Investitionen in die Schiene im Bundeshaushalt verdoppelt. Mit dem Klimapaket haben wir noch den Investitionsturbo für die Schiene draufgelegt. Das sind dreistellige Milliardenbeträge, wenn man auch die Luft 3 noch dazu zählt, die wir in den Schienenverkehr investieren, damit dieser schneller wird durch den massiven Investitionshochlauf und den Ausbau des Netzes, dass er digitaler wird, unter anderem durch die digitale Schiene Deutschland, dass er kundenfreundlicher wird, vor allem durch den Deutschlandtakt und dass er auch noch leiser wird, indem wir 50 Prozent des Schienenlärms runtergedrückt haben, auch noch mit den leisen Güterwaggons. Und damit sind wir auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ziel. Und unser Schienennetz ist per Definition kein nationales Thema, denn dieses Netz ist mit den Netzen unserer Nachbarn verknüpft und zusammengebunden. Im Schienengüterverkehr gibt es schon lange die Korridore von Mailand bis Rotterdam. Auch im Personenverkehr steigt das Interesse an durchgehenden Verbindungen von Stuttgart ans Mittelmeer oder auch von Paris nach Berlin. Und die Bundesregierung hat im Rahmen der europäischen Ratspräsidentschaft im vergangenen Jahr bereits wichtige Impulse gesetzt. Für eine Verbesserung der Zusammenarbeiterländer, Stichwort European Rail Plattform. Für mehr europäische Zugverbindungen bei Tag und bei Nacht mit dem TEE 2.0, mit dem Nachtzugkonzept. Beides übrigens im Sinne unserer Schienenpolitik auf eigenwirtschaftlicher Basis. Für einen besseren Güterverkehr mit der digitalen... Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Leidig? Ja. Vielen Dank, Kollege Dohnt. Das ist erlaubend. Wir arbeiten ja nun schon eine ganze Menge Jahre zusammen im Verkehrsausschuss. Und ich habe jetzt gerade in Vorbereitung auch auf diesen Tagesordnungspunkt noch mal ein bisschen geguckt, wie wir diskutiert haben über Nachtzüge. Und Sie haben damals 2014 gesagt, es sei abenteuerlich, dass ein Paar Nostalgiker, das war 2014, verlangen würden, dass Nachtzüge subventioniert werden. Das sei ein völlig abwegiger Vorschlag. Jetzt habe ich zwei Fragen an Sie. Erstens. Schätzen Sie das inzwischen anders ein mit den Nachtzugverbindungen in Europa? Also haben Sie da sozusagen Ihre Position auch ein bisschen geändert? Und zweitens, haben Sie eine Ahnung, in welcher Größenordnung der Flugverkehr in Europa subventioniert wird? Die Zwischenfragen von Sabine Leidig aus der Linksfraktion. Wir machen leider schon längere Zeit miteinander Politik im Verkehrsbereich. Und in der Tat, Sie haben mich richtig zitiert. Es ging 2014 darum, dass die Deutsche Bahn als Entscheidung, als eigenwirtschaftliche Entscheidung, als Unternehmen für sich beschlossen hat, es rechnet sich nicht mehr, wirtschaftlich Nachzugangebote unter diesen Bedingungen, die die Deutsche Bahn hat, durchzuführen. Und da haben Sie mich auch richtig zitiert. Der Wunsch war ja damals von Ihrer Seite, dann muss man eben Geld reinbuttern, damit es weiterhin funktioniert. Und wir haben heute wieder ein funktionierendes oder ein startendes, beginnendes Nachzugangebot, das die ÖBB zum Beispiel in Kooperation auch mit der Deutschen Bahn anbietet. Und wir setzen nun darum, und deshalb habe ich das ja gesagt, vielleicht haben Sie es nicht gehört, dass dieses Impulsprogramm oder dieses Programm, das Thema, das wir aufgegriffen haben, das unser Minister aufgegriffen hat im Rahmen der Ratspräsidentschaft, nämlich, dass man nicht nur den TEE 2.0 als europäische Verbindung, sondern eben auch die Nachzugsverbindungen wieder aufbringt, auf eigenwirtschaftlicher Basis. Da hatten wir noch nie was dagegen. Insofern musste ich meine Meinung nicht ändern. Das Konzept passt. Für einen besseren Güterverkehr setzen wir uns ein mit der digitalen automatischen Mittelpufferkupplung. Der DAK lässt sich leichter aussprechen, die damit auch den Einzelwagenverkehr im Güterbereich attraktiver macht. Und auch, ganz wichtig, wir setzen uns ein für eine Vereinheitlichung von Steuerungs- und Zugsicherungssystemen. Aber wir können so viel wir wollen in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit investieren und schnellere, konkurrenzfähige Verbindungen zum Flugzeug schaffen, wenn ich zwar ein Flugticket von Frankfurt nach Valencia im Internet buchen kann für dieselbe Strecke mit dem Zug aber umständlich bei mehreren Bahnunternehmen buchen muss. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss sich im Interesse der Kunden und der Eisenbahn dringend ändern. Deshalb stärken wir die Bundesregierung auch für die Umsetzung dieses Vorhabens. Bahnfahren muss europaweit für Kunden mit einem Klick, mit einem einheitlichen, komfortablen und einfachen Portal buchbar sein. Zusammengefasst, wir haben für einen noch besseren Schienenverkehr in Deutschland bereits entscheidende Weichen gestellt und viel getan. Aber unser verkehrspolitischer Sprecher Alois Reiner würde als Metzgermeister sagen, darf es ein bisschen mehr sein? Und ich sage ja, es darf, es muss und es wird auch etwas mehr sein. Und das werden wir gemeinsam weiter verfolgen. Und dafür danke ich auch jetzt ganz besonders unserem Verkehrsminister Andreas Scheuer. Ohne seinen starken Aufschlag und seine Initiative in Europa hätten wir da nicht so viel bewegen können. Und Gleiches gilt auch für unseren Schienenbeauftragten Enag Ferlemann. Er weiß nicht nur, er kennt nicht nur jede Weiche gefühlt im deutschen Netz. Er weiß auch, wie die Bahnen in Polen, in Frankreich, Schweden, Italien oder anderen europäischen Ländern ticken. Unser gemeinsames Ziel ist und bleibt, die Schiene in Deutschland und in Europa zu stärken. Deshalb haben wir diesen starken Antrag heute vorgelegt. Und dafür bitte ich um Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Und damit kommen wir zur letzten Rednerin in der Debatte zur Bahnpolitik bzw. zum Europäischen Jahr der Schiene. Das ist Kirsten Lühmann. Sie ist für die SPD-Fraktion im Bundestag die Sprecherin für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das Wort hat die Kollegin Kirsten Lühmann für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kollegen! Liebe Kolleginnen! In diesem Antrag reden wir von einem bedarfsgerechten Ausbau des Schienennetzes. Und dafür haben wir in dieser Koalition erheblich mehr Mittel zur Verfügung gestellt und nicht nur, wie hier immer zitiert wurde, für die Bedarfsplanmaßnahmen, sondern auch für einen Schienenausbau einer Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung und auch in weiteren Sonderprogrammen. Jetzt haben wir natürlich die Diskussion, wie setzt man dieses Geld, was ja Steuergeld ist, sinnvoll ein. Dafür gibt es Regeln. Allerdings sind diese Regeln sehr an betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgerichtet und weniger an volkswirtschaftlichen. Und ich glaube, wir sagen alle einer Meinung, die Bahn ist ein volkswirtschaftlicher Vorteil und so muss man sie auch bewerten. Wir haben als Deutscher Bundestag für die großen europäischen Linien der Abhilfe geschaffen, indem wir die Möglichkeit haben, hier im Bundestag zusätzliche Gelder quasi als Nachteilsausgleich für mehr Lärmschutz bei guter Bürgerbeteiligung auszugeben. Das ist gut und richtig. Aber viel sinnvoller wäre es doch, von vornherein die Bewertungsmodalitäten zu ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das haben wir jetzt auch als Chance bei den Projekten, die wir über das sogenannte GVFG, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, fördern. Als erstes hat diese Koalition die Mittel für diese regionalen Projekte deutlich erhöht, von 333 Millionen im Jahr auf jetzt eine Milliarde. Und in fünf Jahren wird das nochmal auf zwei Milliarden pro Jahr verdoppelt. Das ist eine richtige Leistung. Aber damit die Länder diese Mittel jetzt sinnvoll einsetzen können, braucht es halt einen neuen Bewertungsmaßstab. Die sogenannten Bewertungen, die wir für diese Projekte haben, verhindern im Moment zum Beispiel bei Strecken in Rheinland-Pfalz eine sinnvolle Elektrifizierung. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das funktioniert so nicht. Und Herr Scheuer, Sie haben uns schon mehrfach einen neuen Vorschlag für eine sogenannte standardisierte Bewertung versprochen. Wir brauchen sie, die Länder brauchen sie, wir brauchen sie jetzt, damit wir unser Geld vernünftig einsetzen können, damit das Ziel, die europäischen Bahnen auch in Deutschland zu stärken sinnvoll umgesetzt werden kann. Herzlichen Dank.